Ich habe gestern aus Versehen noch Tiermaterial gesammelt. Okay, Epsilon-Centrum. Gehe ich auf den Turm nebeneinander und Sniper die runter. Dann sollte das alles gut gehen. Gehe ich auf den Turm nebeneinander. Mal hier hin, um sie runter zu Snipern. Gehe ich auf den Turm nebeneinander. Die sind also. Okay. So, ich denke das war's schon. Die wichtigsten haben wir weg. So, ich denke das war's schon. Niemand mehr den ich töten muss, also los geht's. So, ich denke das. So, ich denke das. So, ich denke das war's schon. Schön gemütlich hier nicht hetzen lassen. Dann haben da meine Verfolger keine Chance. So, ich denke das. So, ich denke das war's schon. 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 Untertitelung des ZDF, 2020